Es ist James Bonds schwierigster Auftrag. Der wahnsinnige Weltenzerstörer ist kurz davor, sein teuflisches Werk zu beenden. In wenigen Sekunden wird er die Apokalypse entfesseln und das gesamte Leben auf dem Planeten ausrotten. Ha ha, Bond! Diesmal werden Sie es nicht schaffen, mich zu stoppen. Wenn ich diesen roten Knopf drücke, sind alle tot. Alle, alle, alle! Ha 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 ha! So weit werde ich es nicht kommen lassen. Diese computergesteuerte Neutronenpistole wird dich auslöschen, wahnsinniger Weltenzerstörer. Nimm dies! Sind Sie sicher, dass Sie Ihr Gegenüber auslöschen wollen? Wählen Sie Auslöschen. Auslöschen, Auslöschen. Oder Abbrechen. Überall dieses Betriebssystem hier. So, Auslöschen! Die Testversion für dieses Gerät ist abgelaufen. Was? Wenn Sie die Vollversion haben möchten, müssen Sie sich jetzt registrieren. Wo denn? Wählen Sie Jetzt registrieren. Oder Später registrieren. Der große James Bond und seine Spielzeuge. Wie schade, dass Sie nichts mehr davon haben in Ihrem dunklen Grab. Ha 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 ha! Nein! Nicht den roten Knopf! Sind Sie sicher, dass Sie die Welt auslöschen wollen? Wählen Sie... Auslöschen! Auslöschen! Was denn jetzt? Weiß nicht. Im Moment sehe ich jetzt nur noch eine Sanduhr. Ein schwerer Ausnahmefehler ist aufgeteilt. Och nö. Wollen Sie den Fehlerbericht jetzt senden, wählen Sie Fehlerbericht senden oder abbrechen. Du wirst keinen Schaden mehr anrichten, wahnsinniger Weltenzerstörer. Doch. IT-Benutzer-Service. Ja, dann mach folgendes. Ich hab hier mal ein Problem mit meinem PC und... Ruhelfahren, hochfahren, tschüss. Ja gut, also dann, äh, Programm schließen, ja. Das Apokalypse-Programm kann nicht beendet werden. Es wird derzeit von einem anderen Programm oder einer anderen Datei verwendet. Schließen Sie erst... Ich hab doch alles andere aus. Ich kann gar kein anderes Programm schließen. Der wahnsinnige Weltenzerstörer ist angeschlagen. Nun gibt ihm James Bond den Rest. Tja, da bleibt wohl nur noch die... Windows-Online-Hilfe. Nein, nein. Ha, 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 nein. Nein!